hallo und willkommen zu einer neuen folge heißt live alex letztes mal ist hier meine rechte hand ausgefallen aber jetzt habe ich neue batterien gefunden linke hand habe ich auch neue batterie eingesetzt und jetzt können wir weitergehen letztes mal ist da hinten der typ doch gestorben ich dachte der ist nicht gestorben aber ich habe mir noch mit den letzten funken energie in der batterie den gekillt bekommen dann gehen wir erwarten es mal gucken hier habe ich die sachen ok da einmal die batterie und einmal da zum heilen ja da ist sie hier so ja gehen treppe runter vor einmal hier dran stöpseln müssen wir glaubt er war das genau das ist ja was hat er die munition oder so genau sollte auch hier eine packen immer so einen leichen so kurz den hier machen weil manchmal ist da was drin und dann hat denn hilfe ach so dass von diesen drohnen die rumfliegen da war da hinten war auch noch gleich der hatte nix gut dann tun wir die batterie rein da ist jetzt vorhin unter gefallen oder was andere batterie rein kann ich ja eigentlich einfach da habe ich aber leicht verkackt haben wir noch ein paar jungen 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 da habe ich aber leicht verkackt aber noch leicht so wieder von 9 so mama bei der hände ich will das krass machen eine ewigkeit später erst 2 sieht er für das 2 dann nehmen wir hier nehmen das ich bin bereit also hier du bist auch essen ja hallo willst du nicht essen hier ich habe etwas leckeres für dich aber jetzt will er essen also ich musste ja noch hallo ach so wahrscheinlich muss der stromfeuer haben so first ja kommt doch ja ja 1 Wo ist... ist er da? Da... Ne, das ist fast... Die Oculus Ruf ist schon ein bisschen... Kacke Da war aber einer Bin ich dumm? Habe ich ja wirklich gekriegt? Okay, ich glaube, ich habe ihn wirklich gekriegt Gut... Kann ich eigentlich hoch? Habe ich mich vorhin gefragt Natürlich kann ich da hoch Da muss ich hin Ich drücke sie zu Ja, okay, aber... Ich kann auch nicht da rüberspringen, Junge Wunderschön Ups Das sollte ein Weidhof sein, aber... Sonst ist hier nichts unten Dann erstmal hier schön die Gegend angucken Da kamen die vorhin durch, da komme ich nicht durch So... So... Ich mache mal das, was ich machen muss So... Da habe ich jetzt... Da leuchtet auch da... Das Licht Was erstmal dahin zu einem anderen Raum So... Jetzt sind wir wieder hier Wir müssen so eine scheiß Aufgabe machen Ich glaube, das... Es wird ja immer komplizierter hier Aber nichts so kompliziert für mich Easy Gucken wir mal, was wir so machen können Erstmal die Waffe Drehen damit Äh... Erweitertes Magazin Hört sich... Äh... Handlos Hallo, meine Hand Na... Komisch Äh... Reflexvisier hört sich Arbeiter das Magazin Ja, man... Oh, das ist meine... Oh... Oh... Hehehe... Potato Oh... Niiiice ich wäre das reflektiv fast unnötig wie kann ich etwas mit der pistole machen ich hätte lieber laser wie sehr viel pistole nehmen sollen gab hätte viel mehr gebracht aber vielleicht finde was ich weiß was ich brauchte nur drei polymer dinge das finden wir doch hier irgendwo auf der map nach drei stück der 1 genau und suchen hier dein müll will es immer drin und dann mit polymeer ich suche dich dahinter im ladwagen haben wir einmal in der kiste bitte polymeer drin ich will doch mal wo die mehr finden oder zumindest kacke wird einen unter den hütchen mal noch alles durchsucht hier naja so da ist der strom drauf na er geht dahin da ist auch polymeer polymeer wo bist du wo die mehr wo die mehr wo die mehr ist doch irgendwo da aus dem weg polymeer wo was das für scheiß viecher mal angst weiß nämlich Wo hapert das denn? Was ist das? Etwa gleich viel Ein bisschen weiter nach da Ah, müsste passen, ne? Ich brauche jetzt nur ein Pulli mehr Ich brauche nur ein Pulli mehr Dann komme ich weiter Warte im Auto, da habe ich nicht genauer nachgeguckt Da könnte noch einer versteckt sein Das ist meine Hand Ey Handzufachweise kann ich nicht aufmachen Okay, dann gehe ich auf Hier ist ja oben noch einer versteckt Bitte, da, einer Nur einer, bitte Da am Rand Nein Kein Pulli mehr Schaffe ich das? So, in letzter Zeit nur da Nehme ich mal mit Und sonst Sagen Geht weiter Kein Pulli mehr Das sieht nach einer Ladezeit aus Was ist noch hinter der Tür Wo er nach geht Nein Also habe ich auch Ladezeit Go, go, go Power Ranger oder so Das sieht ja lecker aus Vodka Woops Woops Verhalten nicht viel aus Oh, okay So ist effektivste Ups Ah, ich mag Vodka Da ist definitiv ein paar Buntere von Alkohol In hier Alkohol geht nicht Es nur verbessert Es ist alles gut, Alex Russell Du bist verbrechst Der Vodka ist gut, Alex 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 Fuck Fuck Hasse Vodka Wow, wie viele sind da hier Was die alle vernichten Ich wollte sie so gegeneinander schmeißen Hilfe Sorry Was Ich will doch zurück Ich will doch mein Laservisier haben Für meine Pistole Böses Spiel Dann gehe ich mich hoch Bin ich ein bisschen enttäuscht Ja, knabbern Brenge ich Vodka Was ist denn noch einer? Geh doch auf Das sieht nicht gesund aus Was piept denn hier? Hat der da auch das Piepen? Piept das, ne? Nur mal gucken Oh, der scheint ein bisschen tot zu sein Noch mehr Polymer, lol Aha So geht das aber nicht, du kleiner Hallo, Körf Ach, Junge Hat der wirklich die Pistole? Wirklich die Muni gefressen Gefressen Ach du Das ist jetzt auch so, ob er das aufmachen könnte Scheiße Ich hab den Boden Das macht keinen Sinn Das macht keinen Sinn Das ist doch richtig anstrengend hier Geigerzähler Geigerzähler Die alle kaputt machen Das macht keinen Sinn Alter Okay, nee, das ist das Vielen Dank radio knapp ist daneben macht so lange weiter will ich das treffe vielleicht kann ich mit der mit der hand besser werfen weiß ich kaputt gemacht konzentration ich bin die flasche ich werfe die flasche kaputt gemacht endlich ich kann jetzt weitergehen nipi relativ nah daran traurig erst mal randale aha wusste ich doch was hat er gedacht so much Hey, hey, you with the blood on you. You, with the blood. I had a little situation here. Yeah, you sure do. You don't happen to have a gun on me, do you? Yeah, look at that. It's a nice one. I'm looking for a gun. What the hell was that? Oh, that's Jeff. Jeff? Oh, don't worry. You can't see. Here's just fine, no? Got in here with Mozart. Who? Alright, now let me help you out. Alright, see on the other side, Greenlord. And keep your voice down. No, I'm not sure. I have to be loud. Ah, I knew it. Fuller, come on, go up. Oh, I have to do a jump and run. There he is. Jeff. Right, watch this. See, he's totally predictable. But he will rip your arms off if he finds you. Can I not just kill him? That's a good one. He's no one's left. Link. Link. hallo kann ich dir helfen? möchtest du etwas? möchtest du ein bisschen schrotleitung haben? da ist die schrot. ne da ist die schrot. warte ich muss mal nachladen ok der kotzt dich an und misshandelt sich dann ok dann ich war keine munition und verschwenden einfach aus dem weg gehen weil er hat mein ganzes arsenal gefressen und nicht geschützt nicht gestorben dieser böse halunke so aber ich würde sagen der nette chef ist ganz nett springen wir da hin der chef ist ganz nett da aber ich würde lieber kurz da gucken gut ne da würde ich mir sagen ich setze mich eine runde hier hin und mach erstmal eine pause bis zur nächsten folge und trinkt hier was ist das etwas billiges trinkt das schön hier aus und machen wir eine pause ist das ist etwas tiefen ach aber es ist anstrengend oh was ist das denn toll gut dann sehen wir uns bei der nächsten folge könnt ihr gerne oben links auf abonnieren klicken unten rechts habt ihr zwei videos zwischen oben und unten rechts oder zwei videos auswahl bis dahin schau hallo magst du spielen